Mal sehen. Wir sind hier Nachmittag. Das ist 14 Uhr. Jetzt müsste man wissen, was die Zeiten von den anderen Dingern waren. Kann ich jetzt ohne weiteres gar nicht nachgucken, weil ich da ja nicht zurückkomme. Das ist jetzt natürlich nur sehr bedingt hilfreich. Was mache ich denn da? Ja. Da kann ich noch das Ei mitnehmen. Kann ich das hier hinzupacken? Ja, kann ich. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Dann... So, den. Dann machen wir mal auf den, der den Schnabel aufmacht. Weiß nicht. Oder muss ich doch auf den? Dann machen wir mal auf den Schlabel. Ich habe jetzt immer auf den geklickt, der neu war. Kann ich das dann hier? Ja, kann ich. Dann habe ich immerhin einen Schritt schon mal zum nächsten Level gemacht. Aber ansonsten... Hier ist nichts mehr da. Oh. Okay. Okay. Die kann ich auch immer so anordnen. Ah ja. Das hat jetzt irgendwas gebracht. Okay. Die Uhrzeit ist... Fünf vor... Ja, fünf vor halb acht würde ich sagen. Okay. 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 Ah. Eine Sonnenblume. Und den Papierflieger nehmen. Das Rise Up. 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 So. Hab ich noch richtig gedacht. Ballon raus. Das Rise Up. 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 Was ist hier mit auf sich hat? Stand nehme ich auch nochmal. Kann ich hier wiegen ja Okay das hat mich doch da in dem ein buch gelesen Mal sieben Der Fisch Fisch ist gleich Herz plus eins Das ist so nicht hilfreich Der Gekko ist gleich eins Jetzt müssen wir nur wissen was das Herz ist Wird da die Blume wiegen? Ne Da ist das Herz immer noch deutlich schwerer Der Wurm Der Wurm ist einfach null Also der wiegt gar nichts Sand kann ich nicht wiegen Ja aber was ist das Herz Das wäre jetzt gut zu wissen Da ist er immer noch deutlich schwerer Kann ich das Messer wiegen? Ja das Messer kann ich wiegen Das Messer ist auch leichter als das Herz Okay Herz ist gleich Messer plus eins Das ist schon mal interessant Das Messer ist hier aber immer noch schwer Kann ich gleich Streichhölzer noch dazu packen? Ah ja Messer ist gleich Streichhölzer Messer Plus eins Weil der Gekko war ja eins Naja und die Streichhölzer Sind zwei Das heißt Messer ist zwei plus eins Das heißt Messer ist drei Herz ist vier Und Fisch ist fünf Also Das heißt muss ich hier noch irgendwas in dieser Zeit machen Da schreibt er hier praktischerweise mir das auf Abend ist 19.25 Die Nacht Was ist die Nacht? Die Nacht ist Genau Wurm, Herz, Gekko, Fisch Wurm ist null Herz ist vier Gecko ist eins Fisch ist fünf Das heißt vier Uhr Fünf Das heißt vier Uhr Das heißt vier Uhr Perfekt Dann haben wir das auch geklärt Guten Tag, ah ja, oben links ist das Quadrat-Ding, unten links ist das S mit Punkt, unten rechts ist das Kreuz und oben rechts ist der Strich mit Punkt. Der Steig auf. So, da war unten links das S, oben rechts der Strich mit Punkt. Der da. Ah ja. Ähm. Ja, und nun? Viertel nach neun oder so, ne neun nach sieben, äh, viertel vor, äh, keine Ahnung wie ich das jetzt, das hab ich jetzt komisch formuliert. Nein. Perfekt! Das ist ein Wurm. Stechen kann ich den nicht. Oh Gott. Den Fisch will er auch. Ja gut, warum hab ich das jetzt zweimal? Ich hab immer noch zwei Federn. Ucher Born. Ja gut. Ich hab immer noch ganz gespannt.